Sie stellen sich die Frage, ob wir ein eigenes Fernsehstudio haben? Die Antwort ist ja. An unserem Unternehmensstandort in Dörrferden bei Bremen haben wir nicht nur ein TV-Studio, wir haben ein sogenanntes virtuelles TV-Studio. Das heißt, alles das, was Sie in einem unserer Videos sehen, stammt aus hochmodernen Grafikrechnern. Das Einzige, was in diesem Studio real ist, das ist der Moderator. Und das soll auch so bleiben. Wir nutzen diese exklusive Technologie, um Ihnen, liebe Kunden, alle Fragen rundumschublos auf innovativen Wegen zu beantworten. Außerdem produzieren wir ebenfalls in diesem Studio unsere TV- und Kino-Spots. Eine einzigartige Technologie, die zu unserem einzigartigen Portfolio schlichtweg passt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.